Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir gucken mal wieder was uns heute im Kalender erwartet, meine Freunde, das heißt einmal wieder in den Shop und dann gucken wir mal was uns heute denn erwartet so schön ist. Und zwar erhalten wir heute eine neue Zwei-Welt, wo wir zum Anfang ein Geschenk erhalten, das uns beim Start der Welt helfen soll oder uns überraschen soll einfach mal. Wir haben hier runter schon ein paar schöne Bilder, ob das Ganze auch wirklich so stimmt, wie sie uns das hier versprechen. Wir zeigen mehrere Varianten, was da drin sein könnte, ob das denn auch so ist, wie sie es versprechen, gucken wir gleich. Ich war schon drauf, hab schon ein bisschen reingeschnuppert und muss sagen, ich bin heute ein bisschen enttäuscht wieder mal, was sie uns da schenken, aber ich glaube in der Praxis müssen wir das Ganze auch nochmal angucken. So, ansonsten, ich bewerte das heute einfach mal mit einem Stern, das ist wirklich schwach, was wir uns heute geben, aber du musst selber gucken, wie du das Ganze findest. So, wie ich würde sagen, auf in die Welt. So, und schon sind wir auf der Welt drauf, also wir haben jetzt extra dieses Tüchchen aufgemacht, um eine neue Survival-Welt zu erhalten. Dabei spawnen wir hier vor so einem Geschenk und in diesem Geschenk ist jeweils, immer wenn du mal wieder die Welt aufmachst, da ist anderes drin. Ob dir das hilft oder nicht, das sieht man immer erst, wenn man das aufgemacht hat, aber nur deswegen jetzt eine neue Survival-Welt anzufangen, wenn man schon eine hat, hm, weiß ich nicht. Weil besonders, wenn wir das jetzt mal einfach mal aufmachen, wir reißen jetzt einfach auf, zack, 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 aufgerissen, finden wir hier drin jetzt einen Besen und dieser Besen hilft uns nicht gerade weiter. Gut, wir haben ein bisschen Heu, ein bisschen Holz, ein bisschen Wolle, aber so an sich, dafür jetzt eine komplette neue Welt aufzumachen, ich weiß ja nicht. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt nochmal eine Welt aufmachen und was mit denen erhalten. Hm. So, noch eine Welt aufgemacht, dann gucken wir mal, was jetzt sich in diesem schönen Geschenk verbirgt. Wir dürfen gespannt sein, es sollte jetzt natürlich was anderes drin sein, nicht das gleiche, was wir eben hatten. Also, wieder, dat, 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 dat. Machen wir auf und wir haben wirklich was anderes drin. Also, man kriegt ja immer, wenn man die aufmacht, was Neues. Ja, gut, na, also ich weiß zwar nicht, aber, ja, das ist ein Dekoblock, den wir für nichts benutzen können zur Zeit. Und, ja, ein tolles Geschenk. Also, wer möchte, kann jetzt hier echt eine neue Survival-Welt aufmachen, nur wegen dem Geschenk und wegen ein bisschen Wolle. Ja, gut. Ein tolles Türchen, was wir heute erhalten haben, kann man wirklich nur sagen, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, zu diesem Geschenk. Das toppt ja fast die zwei Skins schon, ne? Okay, so, ich würde einfach mal sagen, das Video ist hiermit zu Ende. Ja, ich wünsche viel Spaß bei deinem Geschenk. Mal gucken, was bei dir drin ist. Ähm, ja, ich werde noch viel Spaß haben hier mit diesen Steinmetz, den wir hier erhalten haben. Mal gucken, was ich damit mache. Ein bisschen rumspielen. Aber ansonsten hoffe ich mal, dass wir morgen im nächsten Türchen was ordentliches mal erhalten, weil Minecraft hat uns jetzt zweimal dann mal was, äh, ja, sehr, sehr Gutes reingepackt. Wir hoffen mal, dass das nächste mal wieder ein bisschen besser wird, weil der Anfang von unserem Kalender war eigentlich relativ in Ordnung. Und jetzt gehen sie langsam so zum, ja, weiß ich nicht, zum Meckern kann man jetzt schon langsam dafür. Na ja, 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 gut. Also wir hoffen aber zum neuen Jahr hin, dass die da noch ein paar schöne Tücher reinpacken. Aber sonst war das Ganze hier. Ich würde sagen, ich stelle mich safety hin. Wir sehen uns morgen zum nächsten Türchen wieder. Also haut's rein und tschüss. Tschüss. Ah, tschüss. 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 Tschüss.